In den 80er Jahren galt Bo Derek als echtes Sexsymbol. Mit dem Film 10, die Traumfrau wurde sie weltberühmt. Darin verkörperte sie die wunderschöne Jenny Henley, die die Männer um den Verstand bringt. Mit Streifen wie Tarzan, Herr des Urwalds oder Ekstase feierte sie ebenfalls große Erfolge. Mittlerweile ist Bo in ihren 60ern und sieht immer noch fantastisch aus. Zuletzt stand sie 2020 für den Film J.L. Family Ranch 2 vor der Kamera und 2021 war sie in dem Kurzfilm John Bronco Rides Again zu sehen. Von 1974 bis zu seinem Tod im Jahr 1998 war sie mit Schauspieler und Regisseur John Derek verheiratet. Seit 2002 ist die Schauspielerin mit Sex and the City Star John Corbett liiert. 2021 wurde bekannt, dass die beiden sich heimlich das Ja-Wort gaben. Das Paar lebt gemeinsam auf einer Ranch in Santa Barbara, Kalifornien. Bo Derek ist auch heute noch ein echter Hingucker. Ihr Beauty-Geheimnis verrät sie vor einiger Zeit der Bild. Ich benutze ganz viel Sonnenschutz, gehe täglich schwimmen und reiten, habe fünf eigene Pferde. Auf ihrem Instagram-Kanal hält die 80er-Ikone ihre Fans auf dem Laufenden und teilt regelmäßig Bilder und Videos aus ihrem Leben. Also haben sie heute noch einen Gelenkarten gehabt. Was sitzt hier bei einem guten Laufenden, Untertitelung des ZDF, 2020